Hallo, Leo. Bist du schon fertig für das Foto? Nein. Hä? Ich möchte auf dem Foto so richtig cool aussehen. Wenn ich so aussehe wie der da, würde das ein richtig tolles Foto werden. Stimmt, mit roten Haaren würdest du klasse aussehen. Ja, aber wie kriege ich das bloß hin? Hm. Hm? Lala. Leo, ich hab's. Mach's wie deine Mama. Ich glaube nicht, dass Leo mit Lippenstift schön aussehen wird. Auf keinen Fall. Aber nein, wir werden seine Haare färben. Aber ist das nicht gefährlich? Ach, überhaupt nicht. Didis Idee ist super. Wir brauchen dafür nur ein paar Himbeeren und Erdbeeren. Kommt schon. Ab in die Küche. Hahaha. Ufff. D compile.